Damit mein LS wieder läuft Bei wem höre ich mich selbst? Von mir nicht Marc, Gas geben Beim... beim Chris Immer der Chris Schuld, ne? Immer noch? Ne, ich glaub nicht mehr Weg, passt Ok, außen, du kannst gleich mitkommen, umdrehen Ich hab schlechte Nachrichten Philipp, mein Stream ist auf den Tag Ja! Oh doch, Marek, nur ging dir Marc, das wird nix, das wird so nix Ja, ich fahr zurück Das Spektakel will ich mir an Du musst einen weiteren Bogen fahren Das reicht erst recht nicht Flexio-Extrem, bitte Immer die Lex, ne? Ja, die Lex sind immer schuld, ich kenn das auch Fahr Ja, ok, dann fahr ich halt Fahr zu, fahr zu Fahr zu, fahr zu Ja, fahr du schneller Ich kann mir kaum vorstellen, dass das noch drauf geht So, wie viel hast du denn drin? 81, gut, reicht locker Dann rechts rüber, ne? Rechts ist die... Rechts ist auf der anderen Seite von links Weil ich... So Rechts ist da, wo der Daumen links ist Naja, sicher zwei Daumen rechts Hä, Philipp, dein Stream läuft doch schon wieder Ja, jetzt wieder Aber eben war so... Dann hat er wieder das wieder, da wird das wieder ein paar Mal geknackt Ich kann eigentlich auch noch ein Bild machen Hier, ich finde noch was Nein, 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 das ist mir scheißegal gegen zwei Metern da, ganz ehrlich. Fahr erst mal den Bugen und fahr mal gerade zum Schwad hin, damit ich da schön hinkomme, okay. Jetzt noch ein schönes Bild machen. Ja, stimmt. Ich bleib auch noch mal stehen hier, Marek. Du bleibst auch stehen, ne? So wie du jetzt bist, bleibst du stehen. Stehen bleiben. Alter, wie das Leck, das gibt es nicht. Ja, ich mach auch noch mal von vorne ein, das sieht meistens immer ganz geil aus. So, dala. So. Innern auch noch von der Seite. Da wird es hier doch knackig aus. Pff, knackig. Joa. Knackfresh. Wasn't this. Öh, Leck, was soll der Scheiß jetzt? Oh, mich kotzt das immer so an. Ich kotzt das immer so an, das glaubst du gar nicht. Kannst du wohl leckern? Marek guckst du immer noch mehr zu? Ne, nicht wenn es leckt. Du guckst Philipp auch noch zu, oder? Also nein. Da bewegt sich die Kamera einfach ohne, dass ich das will, das ist unglaublich. Diese Dreistigkeit. Marek guckst du. Okay, jetzt läuft es wieder. Philipp hat den Höhnemann und hinten, und hinten den Baumrück gewagt. Ja. Wenn zwei Bäume, oder so, drei Bäume, das kann ich nicht erkennen, das ist so verpixelt, mindestens zwei Bäume in die Greifzange reingekriegt. Ja, die hat er halt knitten. Jetzt haben wir das aber, ne? So, Schwarzhexen, Freunde, ischt, beendet. Läuft. Immer. Und Umlichte an. Ja, du darfst erstmal schön voll machen. Jetzt fährt er gleich über die Wiese drüber. Marek, Respekt, eins mit Stern. Ich kann nicht auch weiter rausfahren. Hauptsache im Bestandrennen fahren, wieder zehn Prozent, weniger Ertrag. So muss das sein. Echt? Vermittet sich da, ne, ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Das wär's. Beim Farm-Experten kann man cheaten. Alle Augen zu. Drei, zwei, eins, dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen. Ja, es geht weg, Gott sei Dank. Was ist weggegangen? Hast du schon ausgerehrt, Marek? Nee, warte nicht. Ich soll auslernen, ich bin noch nicht troll. Aber 90 Prozent, das lohnt sich jetzt nicht mehr. 88. Ja, okay, dann komm, der Chris jetzt hat. Alter, wie das am Hof leckt, das gibt es nicht. Der Hof dran schuld. So wie bei der Turbe, was? Der Hof ist immer schuld, das ist unglaublich. Müsst du mir jetzt erzählen, dass ich da nicht mehr reinkomme oder was mit dem Pick-up? Das kann nicht sein. Ich bin da vorhin auch reingekommen, mit dem Pick-up. Nee, rückwärts musst du da rein. Ach komm, da muss man. Warum hast du da nicht mal rein? Ja, freu ich mich auch. Das hat sich verbreitert. Hat zugenommen. Da kommt auch nicht rein. Scheißdreck, stimmt. Mit Inhaltssicht sieht das so aus. Nee, das sieht nicht so aus. Als würde es gehen. Okay, dann halt hier hin. So. Aber mir lagts ja auch wirklich bei, ich bin bei 18 FPS. Wird der Exler eigentlich dreckig? Ja, sollte. Aber ich habe die Verschmutzung auf langsam, also wird es eine Weile dauern. Also auf dem Server ist das auf langsam eingestellt. Haben wir da unten nicht nur was? Oh, da unten hätten wir noch ein bisschen Gras, egal. Gras, Gras, Gras. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf los, geht's los. Alle Traktoren da? So unterwegs. Gleich. Der will sich jetzt ehrlich an dem Schild aufhängen, oder? Das gibt es nicht. Welches Feld denn? Ja, die alle hier, oder? Eins, zwei. Ja, das lange Feld da hinten. Welches Feld meinst du? Jetzt, ach so, du willst es umdrehen. Ich will eigentlich gar nicht umdrehen, ich will eigentlich das Feld links von mir machen. Warte, stopp. Irgendwie müssen wir uns jetzt einig werden, Marek. Ja, brav. Stopp. Nein, jetzt nicht mehr, jetzt komme ich nicht vorbei. Ja, jetzt. Also nein, Marek, nicht im Bestand fahren. Bin ich da gar nicht. Doch. Ne, bin ich ein bisschen nur. Ja, bei dir leckst, glaube ich, auch ganz schön. Und du hast vier Dioptrien. Ne, 15. Okay, klar, so ist es ausgeklappt. Warnblicker an, weil ich auf der Straße bin. So, jetzt müsste aber, du willst mir jetzt helfen, Marek, okay? Ne, ich bin unterwegs. Ja, Jan, Jan, Jan ist schon vom Sterben. Ja, Chris, komm mal her. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Das stelle ich jetzt auch gerade fest. Dann würde ich dir empfehlen, Marek, nur den kleinen Häckselwagen. Der ist, glaube ich, zu groß für dich. Der ist nicht zu groß für mich. Der ist der Barscher für mich. Ne, weil du damit nicht zurechtkommst. Ja, ich kann ja nicht so viel, weil bei mir leckst du ja immer da. Alter, ist der meist groß. Das ist gut eigentlich. Ich fahre links rein, Jan. Augen zu. Oder machen wir mal rechts. Ja, rechts ist gut. Alter, siehst du, jetzt passt das auch mit der Einzug. Ja, okay, nicht wirklich. Die Einzugsanimation ist halb so hoch wie der Mais. Ja, ich kann ja gerade mit dem Wind. Ja, jetzt kann ich den Scheiter nicht ausmachen. So, eins, zwei, drei. Vier. Und links nimmt er eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mit. Das haut aber nicht ganz hin. Komisch. Ja, es ist ein bisschen verbuggied. Jetzt hier einmal rum, ne? Jo. Toll da. Ja, mit Innenansicht ist es da nicht so einfach jetzt zu fahren. Das ist, wenn du es nicht blindern mit GPS-Mod aber. Ist es denn eng mit den Maschinen auf der Seite? Klappt, ich weiß. Aber deswegen haben wir Gott sei Dank auch nicht das breites Schneidwerk. Heißgebiss. Alter, das ist, boah, das ist, oh, ich glaube, das dauert mit dem Schneidwerk, ne? Ja. Ich fahre dann lieber mal mit dem GPS-Mod ab. Baum in den Weg. Ja, passt. Ich fahre nur noch geradeaus. Ja, bei mir auch. So, dann fahre ich außen rum. Warte. Hier ist ein Baum. Geht's? Ich glaube, ich nehme mein GPS-Mod zur Hilfe. So, jetzt klappt das auch. Wunderbar. GPS-Mod ist drin. Wunderbar. Ah, im Rückspiel sehe ich einen Marek. Da bin ich ganz begeistert. Umfährt. Warum darfst du eigentlich nicht stehen, Marek? Ich sag schon Bescheid, wenn du kommen sollst. Ja, in real fahren die auch hin nachher. In real? Ja, aber. Musst du auch die ganze Zeit hin und her fahren. Nachbaust du noch einen Unfall und ver... ...machst den Xerian kaputt. Ja. Ja, bestimmt nicht. Ah, sag niemals nie. Nee. Okay, ich fahre einfach geradeaus, obwohl... ...ne, ja. Doch, ich fahre einfach geradeaus, ne. Und ich halte mir in der Spur. Jetzt wird's knapp. Oh, passt schon. Mit deinem Fan schon, mit dem Xerian wird's knapp. Das ist doch nicht ein Problem. Oh, der Fan ist echt mein Lieblingsträger. Ich hab den gestern fünfmal aufgetankt, jetzt heute schon dreimal jetzt. Geh wenigstens was voran. Ja. Okay. Marek, rückwärts. Genau deswegen ist es gut, wenn da hinten nicht fünf andere Waffen... Stopp. Ach, so wird das machen. Ja. Wie in Real. Ja, aber in Real fährt man ja nicht gegen Zaun. Nee, das nicht. Aber in Real fährst du meistens nur eine zweite Spur aus und dann erst rüber. Ja. Damit man mehr Platz hat zum Wenden. Ja. Oh mein Gott, Marek. Jetzt wird, das wird lustig. Nein, 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 nein. Wenn's gerade dahin geht, kannst du das machen, aber nicht jetzt, hier beim Ausfahren. Das kannst du knicken. Wir fahren einmal noch hoch. Ja, nicht dein Ernst, Marek, oder? Ja, fahr doch. Dreh um. Sollst du umdrehen. Ja, passt doch. Fahr doch rückwärts. Nein. Drück doch B. Ja, dann drück B, dann mach die Rückvereinrichtung an. Die hast du ja schließlich. Ja, genau, genau. Oh, genau, das machen wir dann. Das machen wir dann. Dann, morgen. Warte, Marek, ich muss hier einmal rum. Jo. So. Kannst du weiterfahren? Fahr weiter, dass ich Platz habe. Jetzt fällt er durch den Bestand, ich wette es. Nee. Ja, fast. Voran. Ja, hol mal auf, Marek, jetzt hopp, hopp. Jetzt, jetzt geht's los. So. Dann würde ich sagen, komm mal oben, oben rum noch mal. Fahr vor. Fahrt schon vorfahren. Okay. Vorfahren, nicht rückwärts, Marek. Jo, ich wolle doch rückwärts 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 fahren. Fahr. Fahr weiter, fahr weiter, bis du gerade bist. Ach so, ach so, ja, okay. Ja, ich würde. Ja, als läuft's. Ach ja. So muss das laufen. Jawohl. Ja. Mit der Lenkung kommt es technisch ganz klar, Marek, glaube ich, ne? Ja. So stark, wie du immer einlängst. Ganz vorsichtig. Jo. Jetzt kannst du zum Beispiel, jetzt fahr mal ein bisschen näher her, jetzt bist du wieder so weit weg. Das Teil muss man beherrschen können. Wirst du ein Lachs. Lachs. Was, das ist ein Lachs? Bei mir gibt's heute Lachs zum Frühstück. Ein Aal. Der Aal von gestern. Zwölf Meter. Ein Modder hat schon wieder aufgehört. Wer denn? Der, äh, wie heißt der? Ja, das ist immer gut mit Namen. Ich hab schon Carbon gehört. Nupsi. Genau. Ja, das weiß ich schon länger. Weil, äh, hat er geschrieben, Nupsis letzter Mod, ne? Weiß ich. Nupsi. Hat er für Fahrzeuge gemacht? Glaub, schon einen Haufen gute, ja. Der hat jetzt das Gewicht gemacht. Kann man aufstellen. Jetzt fährt er fast im Bestand nahe drauf, passen. Nein, fahr doch einfach zurück. Ja, siehst du, geht so auch. Jetzt fahr vor, fahr um die Kurve. Ja, fahr um die Kurve, 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 passt. Ja, passt, I'm a fry. Uah, das war jetzt nicht geplant. Der ist mir doch runtergelassen. Ja. Ja. Okay. Ja.